Georgina Cooper stirbt kürzlich im Alter von 46 Jahren, nur wenige Monate nach ihrer Hochzeit. Das britische Supermodel Georgina Cooper, am besten bekannt für ihre Arbeit in der Cool Britannica-Welle der 1990er-Jahre sowie für ihr charakteristisches Lächeln mit Zahnlücken, starb bei einem Besuch auf einer griechischen Insel mit ihrem Ehemann, den sie nur wenige Monate zuvor geheiratet hatte. Sie war 46. Co-Opas Freundinnen Jade Parfit und Erin O'Connor bestätigten ihren Tod am Donnerstag, den 8. November, in den sozialen Medien. Laut der Daily Mail starb Cooper an Komplikationen, die offenbar auf Long-Covid zurückzuführen waren. Gegenüber der Zeitung erklärte ihr ehemaliger Agent Dean Goodman, dass Cooper mit ihrem neuen Ehemann Nigel auf der Insel kurz gewesen und krank geworden sei und 5 Tage auf der Intensivstation verbracht habe, bevor sie, vor 14 Tagen, gestorben sei. Georgina ging es während Covid nicht gut, sie hatte einige gesundheitliche Probleme entwickelt und war immer wieder im Krankenhaus. Aber sie hatte Pläne für die Zukunft. Sie hatte gerade geheiratet und freute sich auf ihr Leben. Alle sind am Boden zerstört. Sie war ein echter Superstar, sagte er. Cooper heiratete ihren Mann im Juni in der Nähe ihrer Heimatstadt in Großbritannien, so der Bericht der Verkaufsstelle. Die beiden verbrachten ihre Flitterwochen auf der Insel Coos. Modelkollegin Parfit teilte auf ihrem Instagram-Account mit, dass Cooper eine der lustigsten und frechsten, ganz zu schweigen von den schönsten Freundinnen war. Wir wollten alle mit George hinter der Bühne abhängen. Ich schicke ihrem Sohn, ihrer Familie und ihren Freunden so viel Liebe. Sie ist viel zu früh gegangen. Unterdessen tauerte O'Connor. Eine weitere Modelkollegin, du warst ein unglaublich netter und lustiger Mensch, Georgina. Ich, wir alle haben dich so sehr bewundert und geliebt für die Wärme, Großzügigkeit und den sanften Schalk, den du der Welt gebracht hast. Viele Jahre sind vergangen, seit wir unser kleines 90er Jahre, Britannia, rodel während der verrückten Karussell-Ära, bekannt als Show-Saison. Zusammen abgehangen haben, aber du bist mir immer aufgefallen, weil du authentisch geblieben bist und stolz darauf warst, wer du warst. Cooper erregte im Alter von 15 Jahren erstmals Aufmerksamkeit, als sie in einem Musikvideo von Bong Jovi auftrat. Später wurde sie Model an der Seite einiger der größten Namen der 90er und tauchte auf den Titelseiten von Zeitschriften wie Vogue und Cephas auf. Sie war eng mit dem britischen Supermodel Kate Moss befreundet und arbeitete für Marken wie Alexander McQueen, Burberry und Stella McCartney. Sie wurde als das ursprüngliche Mädchen mit der Zahnlücke bezeichnet und ihr markantes Lächeln war ein prägendes Merkmal. Sie hat so viel Spaß gemacht, sagte Carol White, eine ehemalige Modelagentur-Managerin, gegenüber WWD. Als sie jung war, verdiente sie viel Geld und hatte diese sehr kantige Ader, die damals typisch war. Alle fanden die Lücke zwischen ihren Zähnen ziemlich erstaunlich. Cooper gab das Model nach der Geburt ihres Sohnes Sonny auf, um sich auf ihre Familie zu konzentrieren. Cooper hinterlässt ihren Ehemann und ihren Sohn. Stecker Insert 5 3 Ew A Rain